Und so sehe ich aus, hallo, ja, ja, hi. Ja, also ich habe mich dann doch entschieden, heute mal mich zu zeigen und ich dachte mir, komm, wer kann dieser wundervollen Betonlocke hier nicht widerstehen. Ja, es ist jetzt endlich raus, es hat eigentlich davor gehabt, mich erst ein bisschen später zu zeigen, aber naja, ihr wisst ja, wie es so mit YouTube ist. Moment, ich will schon ganz kurz was trinken. Das tat gut. Ja, Zucker vor ca. 4 Jahren bei Bethesda hat mich verloren lassen. Ich weiß nicht, sie waren so unglaublich scharf auf dieses Gesicht. Die wollten mich unbedingt haben, ich verstehe es bis heute nicht. Können wir hier gerne mal erklären, warum, aber naja. Ich muss jetzt erstmal schauen. Wahrscheinlich gehe ich nachher da so ein bisschen raus. Da sind nur so ein paar Leute, die auf die Schnauze wollen. Viele werden bestimmt denken, ja, der geht bestimmt auch draußen rum, schießt irgendwie Mutanten oder sowas ab. Das ist Quatsch, das ist mein Bruder, der sowas macht. Für solche Zwecke habe ich ja immer noch mal ein wundervolles Schwert hier. So sind wir am besten, ja. Also ich bin eher drauf, auch nicht. Also würde ich hier rumballern, nicht mal im Ernst, Leute. Na ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.